Wie lange, was glauben Sie, wie lange wird uns die Inflation erhalten bleiben und vor allem, in welchen Regionen werden wir uns bewegen? Ja, so 6-7% tatsächlich, wenn der Geist in der Flasche bleibt. Das, was geplant wäre oder was vielleicht dazu beitragen könnte, die Schulden irgendwie in den Griff zu bekommen, 7% über 10 Jahre, dann hat sich quasi der Geldwert halbiert. So wenn von diesen 7 vielleicht 5, da sind wir ja schon fast offiziell sind und 2 noch Statistik versteckt werden, dann sind wir jetzt schon da und dann wird in 10 Jahren der Geldwert halbiert. Das ist aber der stabile Pfad, würde ich sagen. Also der offizielle Pfad, es kann natürlich wie bei der Ketchup-Inflation sein, dass wir auf einmal Inflationsschübe bekommen. Soweit Max Otte. Um sich den ganzen Beitrag anzusehen, klicken Sie einfach auf den Link unterhalb des Videos. Ihr Team von Finanztalk TV